Und da ist auch die nächste Folge von Let's Play Battlefield 4 im Multiplayer. Und jetzt zocken wir an eine ganz bekannte Map, die wir ja schon aus den Trailern kennen. Und zwar die Belagerung von Shanghai. Und da begrüße ich auch den guten Tobi. Hallo. Und die kennen wir aus der Beta, die Map. Und aus der Alpha. Und wir sind hier schon im Turm. Ich bin echt tot, glaube ich. Es rummelt schon hier ein bisschen. Das ist geil. Wir sind ja schon mal gut los. Ich bin tot. Oh. Oder? Ja, und wie gesagt, die Map kennt man schon aus dem... Boah, Alter. Oh, ich habe ein Laser-Visier bekommen für die Ska. Okay. Die Map kennt man schon aus der Beta. Da war die ja zu spielen. Und da gibt es ja die legendären Fahrstühle. Kann man ja die mega... Alter, Alter, was? Ich sage viel zu oft Alter. Alter. Wenn ein Bauer den Kot von seinen Kühen wegbringt. Das hat dann auch einen Fahrstuhl. Das ist der Akkus vom Sarra-Zaffeln. Ach, ich bin tot. Weißt du, wir spielen auch immer gegen die Gleichen hier. Das ist nicht gut. Ne. Das ist nicht gut. Geht der Fahrstuhl auf. Und was ist voll die Ernüchterung? Da sitzt da einer von dem gleichen Team drin. Du Mann. Das ist die Putzfrau drin. Genau. Oh, ich habe schon 2-0 hier, Ladies and Gentlemen. Hallo. Ach, hat der Fulg sich auch mal hier hochbe... Ach so. Ja, aber auf dem Türmchen geht hier gerade irgendwie nichts ab. Ja, die sind alle bei dem einen Punkt da, wo ich gerade gestorben bin. Der Turm, der wackelt, der Turm, der wackelt. Wackelt der, ja? Ne. Ach so. Okay. Irgendwann, dann lass mal kräftig einen fahren. Vielleicht dann. Ich habe noch nie gesehen, wie dieser Turm einstürzt. Nein! Also, ich habe es in den Trailern gesehen, aber im Spiel selbst noch nie. Kann ich die shopsen? Ja, mach mal, versuch mal. Geht leider nicht. Du stehst aber mit einem Bein schon in der Luft. Alter, jetzt... Jetzt fliegst du schon in der Luft, was geht? Alter. Das kann nur ich. Ich würde aufpassen, du hast nicht so viel Munition. Haribo! Wow! Dobi, 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 Dobi! Iiiiiiii! Ja, da haben sie noch ein paar Feinde. Nein, nicht auf dem Glasdach. Ja, ein bisschen Fatzke, ganz ehrlich. Da kann ich runtergesprungen. Komm, ich schieße auch nicht aufs Glas. Soll ich dir meinen richtigen Hasen zeigen? Du Drecksack! Das war wohl nichts. Das war wohl nichts. Da unten, da unten, da unten. Hör mal, Dobi, wollen wir es versuchen? Dobi! Dobi, wollen wir, wollen wir, Schwobi, wollen wir runter? Das ist schon die ganze Zeit bin. Oh, ich habe Gegner eliminiert. Nein! Hilfe! Oh, äh, ein Panzer. Ja, weiß der, er leckt mit seinem 500er Ping dahint durch die Gegend, ey. Gorilla-Prinzen, ey, so siehst du doch aus. Oh, ey, Alter. Der Dobi ist schon wieder tot, Leute? Der Dobi ist schon wieder tot, Leute. Bist du auch tot? Oh, nee, das ist gar nicht gut. Tobi ist schon wieder tot, Leute. Ne, ne, ne. Wo ist denn der, unser Genutzeros? Ach, sitzt der dicke im Panzer. Das ist so typisch. So, dann zum. Du drauf hast, gib mal Storf, Jogen. Ich schwinge auch mein Rohr für dich. Ne, danke. Das sieht nur meine Ecke krasser aus wie in der Beta, ne, hier mit dem ganzen Papier auf dem Boden. Ja. Das stimmt. Warte mal. Ne, der Tum ist noch? Ne. Da steht einer. Wie wärst du den Tötest? Warte mal. Alles muss man selber machen. Was kannst du eigentlich? Warte mal stehen! Alter, wo fährst du hin? Zurück? Hier sind Feinde? Zurück, du Kotlet! Zurück! Stopp! Ey. Sag mal, hast du einen Flottenfinger oder was? Kannst du mal ru... Ja, jetzt habe ich ihn nicht getroffen, wenn du gefahren bist. Tötest du ihn vielleicht jetzt endlich mal? Fahr doch! Alter, bitte. Alter, die Fresse ist. Ich steig aus. Ich steig aus. Wo ist der? Uh! Tot. Bist du tot? Ne, der Typ ist tot. Boah, da kommt ein Panzer. Ich bin tot. Noob. Ähm. Ja. Ja, natürlich. Tobi! 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 Was? Was? So, warte mal. Lass mal bei C spawnen. Die nehmen nämlich grad C ein. Vielleicht können wir noch ein paar punkte klar machen. Ich fresse über Spaß die. Nein! Ich bin bei C gespawnt. Aua, Aua. Aua, Aua. Frage ist, wo sieht die denn? Aua, oben auf dem Dach, oder? Ah, ich weiß es nicht. Auf dem Dach habe ich auch grad jemanden gesehen. Aua. Da ist einer. Dann markier ihn doch bitte. Ich hab ihn doch. Tobi, hinter dir, Tobi! Hilfe! Alter hab ich dir den Arsch. Ohne Scheiß. Ja, jetzt bin ich trotzdem tot. Hammer. Tobi, hinter dir! Tobi, pass doch mal die Augen auf, dann siehst du auch die Gegner, man. Aua. Ach, bist du auch schon wieder tot? Ach so. Ich hab Alt und F10 gedrückt. Ich steig jetzt in den Helikopter. Bin jetzt in den Helikopter. Ja komm, ich steig auch ein. Nee, geh weg. Na lass mal, geh mal ab hier. Flieh mal zu C, dann kann man da ein bisschen aufräumen, Freund. Freunde natt. Wo schießt du denn hin? Er ist ein bisschen Feind, aber macht nix. Yes! Also. Ich hoffe, du kannst... Da ist ein Heli, da ist ein Heli, da ist ein Heli. Wo, 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 wo? Geradeaus. Da vorne, du musst höher, du musst höher. Er ist hinter dir. Er ist hinter dir. Er ist hinter dir. Vor uns. Du hast hinter dir auch noch einen. Ja, vor uns erstmal den. Schatte? Na geil. Was bist du? Kannst du eigentlich? Wieso schießt du nicht auf den Helikopter vor uns? Der ist doch im Aim drinnen, Mann. Was? Ich pass die, Alter. Ich bin Tobias, ich kann fliegen. Kann ich auch. Habst du mal auf den vor uns geschossen, du Mongo, Alter. Boah, mal hier bei dem Heini bei, äh, hier. Die Fresse. Ey, komm mal her, wenn den Krieg haben willst. Sieh bei C. Geh doch bei Siegesmund in die Ausbildung, Alter. Bei wem? Bei Fabian Siegesmund. Und? Ne, der macht doch jetzt Battle Bros. Da kannst du auch mitmachen. Bist doch auch Bro. Hör doch mal auf Werbung zu machen. Sind wir hier die Wohlfahrt oder was? Wieso? Boah, ey. Ja, komm her, wenn den Krieg haben willst. Wir machen doch gerade Krieg hier. Ach, das ist ja Battlefield. Wo ist denn der Tobi wieder? Schon wieder tot. Ich bin nicht tot. Ich nehme gerade einen Punkt ein. Aber mach du's. Seien da seien sie alle, weißt du. Nimm wieder den Geh-Poliker. Spiel den im Team, Alter. Kannst du aufhören mich jetzt zu mobben? Ja, hör doch mal auf ey, ey. Das darf nur den Gron und Sarazza. Fing dich da, ey. Wär man mit seinem Syndrom, Alter. Nö. Squad Feuerschutzhilfe, was? Du bohrst? Du bohrst? Me, ich hab hier wie ein richtiger Motherfucker ganz alleine C eingenommen. Ne, was ist das für Punkt? E, so. Genau, deswegen stand ich auch hinter dir und hab gerade auch Punkte gekriegt. Ja, du stehst immer hinter einem, du Abstauber. Komm, Panzer, schieß ihn ab, komm, du bist doch jeder King. Komm schon, King. Ich hau ab, ey. Ich hau ab. Ich hau ab. Mutti, ich bin weg. Aua, aua, tot. Oh, ist er wieder tot. Von der Straße. So ein Dreckiger Hund abgeknallt. Sind wir denn hier in der Ukraine oder was? Ne, der war gemeint. Warte, 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 warte. Tut mir leid, der ist ein sensibles Thema. Das heißt, der war nicht, weil er tut gleich wieder respawn, ey. Wie so eine Kackwurst. Ich bin jetzt erst Regis-Board, man. Wollte ich wieder beleben. Witz, Leute, nochmal, der Witz war böse. Ich war böse. Komm, mal Witze machen sich dann entschuldigt, Alter. Ich geprotze und warte, dass man, ey, komm. So, jetzt sind wir aber mal wieder netter. Aua, aua, Tobi, mach doch was. Bist schon wieder tot. Ja, toll. Du doch selber, ey. Immer wenn du kommst, bin ich auch tot, ey. Das ist immer so. Wenn du denn die Kacke anziehst. Wie Kacke anziehst? Ja, ich krieg dir gleich Kacke anziehen, Mann. Lady Gaga hat so ein Fleischkostüm und ich mach mir so ein Kacke-Kostüm. Man spricht dir ins Gesicht. Ach, nee, komm, ich spawn mal auf der anderen Seite, oder? Ja, oder? Ja. Ich spawn einfach mal nach. Ich spawn einfach mal nach. Oh, da ist ein Panzer, scheiße. Toll, ey, wieso? Ja, aber du bist jetzt ein Panzer, Alter. Oh, nein! Da war wohl nix, Kollege Bratwurst. Boah, der hat gelebt. Boot. Da ist einer wieder am Leben. Der hat gelitten. Der hat gelitten. Elektro-Titzen, warte mal. John, Clambo, Jumbo, Mambo5, da rein und... Oh, boah, 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 ich bin unter. Oh, ich mach nicht. Ich komme. Ich bin aber gleich tot bestimmt. Das kann man nicht. Das ist, äh, Shooting. Und ich lebe. Hallo. Hallo. Ist hier irgendwo einer? Äh, guck mal hier. Du kannst das so zerschießen. Das ist cool. Das ist der absolute Hammer. Das ist der absolute Hammer. Das ist der absolute Hammer. I can't believe my life. Aber da vorne, da vorne ist einer. Hier vorne? Das sind nur Teile, die durch die Gegend geflogen sind. Aber ich meine, da ist einer. Pssst. Wer jallert denn da so durch die Gegend? Ich jallert. Wie geil das hier aussieht, von der Flash hier. Voll die LED-Lichter. Oh, so sieht es nur aus, wenn ich eine Pille einschmeiß. Sieht gerade ein bisschen aus wie bei Gravity in dem Trailer. Oh. Ha, ha, ha. Ich hab ein Braun zum Battlepack gekriegt. Was ist das? Weiß ich auch nicht. Ich dachte, du bist hier der Profi. Tobi. Ich glaube, dadurch kriegst du dann, wie auch bei FIFA. Tobi, ich zeig dir mal, dass es sich revolutionär ist. Komm mal her. Nee, nicht mit den Dingern. Komm. Hey, Tobi. Wir können jetzt nicht die ganze Zeit. Nein. Tobi. Ich muss es tun. Schnell, stell dich drauf. So viel Zeit muss sein. Was bist du denn für Tobi? Ja, ich hab nicht gerne eine Stange hinten rum. Also. Was? Wenn du hier schon wieder tot bist, ey. Was? Tod? Komm mal deine Lebensenergie. Hast du ihn? Sehr schön. Bitch, was willst du? Ja, ich hab ein 98 Dings gekriegt. Und es ist also... Die erste Runde war... Die erste und die zweite Runde war nicht so geil. Aber die Runde geht echt ab. Muss ich nicht sagen. Komm, wir fahren mal mit dem Fahrstuhl nach oben. Aber ich glaub, der bleibt bei dir hängen, wenn du einsteigst. Der Dicke kommt. Komm, wieder wird der angerannt, komm. Der kriegst du echt lang. Der ist in den eigenen Fahrstuhl. Guck mal hier. Ganz alleine nimmt er den. Geh, weg. Oh, 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 oh. Tobi, Tobi, Tobi. Okay, so. So. Geh mal weg. Bist du dich doch. Wow. Willkommen bei der Playmassive. Alter. Hat das auch so empfangen. Drei Stück hab ich gekriegt, aber dann war es vorbei. Yo, ich hab ein paar... Alter, da musst du direkt eine Granate, wenn die Tür aufgeht, eine Granate rausschmeißen. Wieso das schon warten, ey? Komm, mal zurückgehen, da hab ich echt Bock drauf jetzt. Oh, kack, ich hätte ein MG nehmen sollen. Egal. Komm, wir gehen nochmal da hoch. Das war extrem geil, fand ich. Wie sie da warten, ey. Das gibt's gar nicht. So, ich muss mal ganz kurz einen Screenshot machen, Freunde der Nacht. Die Stricken. Meine Thumbnails. Meine Schwumnails. Meine Fingernails. Vielleicht sollte man nicht den Fahrstuhl nehmen, sondern der direkt aufs Dach führt. Wer ist denn das? Weißt du das? Ja, warte mal. Der hier um die Ecke. Um die Ecke? Ich bring dich gleich um die Ecke. Komm rein hier. Nein! Schade. Aber pass auf, Tobi, mal eine Sache. Guck du auf die Tür. Ja, genau so, weil die können uns von beiden Seiten nageln. Ja, hier oben ist nur einer von uns. Okay, warte mal, da unten. Einen hab ich. Und du hast den anderen? Ne, ich hab beide. Okay, sehr schön. Nein. Nice. Das ist... Oh, ich hatte Hilfe. Bist du runter? Ja. Hilfe, warum? Willst du Punkte? Hol sie dir! Ja, hier oben kann man auch einen nehmen. Ja, ich bin jetzt hier unten. Runter, hier ist nix. Kam runter. Kam runter? Kam runter. Kam. Ich hole ihn dir auch. Die. Maschinengerade. Schöne ist einuter rein. Oh, ich hab ein bisschen schäum. Der ist ein bisschen langer ordentlich zu schäum. Du kannst mich hier nicht annehmen. Ich hab ein bisschen verarmentiert. Oh, heuch. Oh, oh, oh. Manu, ich wollte doch nur ein bisschen Peng Peng machen. Oh, ich wurde reanimiert. Kein Problem, kein Problem. Ich habe es doch angenommen. Ja, das war bei mir vorhin auch. Alter, da kommen drei Stück noch. Gangbangs da. Wow, warte mal einen Versorgungssoldat nehmen und jetzt mal richtig einen Abrittern, Freunde. Abrittern? Jetzt habe ich eine dicke MG. So wie der Sascha immer. Tür geht auf. Da hat einer gerade C400. Oh, ey, da stehen sie alle vor dem Fahrstuhl und dann kommt der eine von dem einen Team raus. Voll in den Topf. Pass auf, pass auf, Zugriff, Zugriff. Jetzt wollte ich immer nur mal gucken. Aber für alle, die fragen, unser Firmengebäude sieht so ähnlich aus. Auf jeden Fall. Gefeuert wirst. Also der eine Flügel davon, ne? Genau, wenn du gefeuert wirst und du kommst auf die oberste Etage und stehen auch zehn Leute da, die mit dem Granatwerfer dann in den Raum, in den Fahrstuhl schießen. Soll mal hier was kommen? Heli oder sowas? Da hätte ich jetzt gerade mal richtig Bock drauf. Ich habe so richtig Bock. Eine dicke, fette MG in der Hand. Wieso, wenn du dick und fett sagst, habe ich immer das Gefühl, dass du über mich redest. Ähm. Wowohoho. Alter, was war das denn? Einmal bisschen, krass. Der kack Heli schon wieder, ey. What? Der ist ja immer noch nicht down, ey. Was machst du überhaupt die ganze Zeit? Kannst du mal mich wiederbeleben, du J-Loch? Echt, da kommt immer Reanimation annehmen, aber wenn ich rechte Maus drücke, passiert nix. Und der, äh, Fahrstuhl, äh, 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 ob die nehmen, äh, 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 Entschuldigung, ich glaube, die nimmt sie ein. So, jetzt mal spawnen und bitte nicht gleich sterben, danke. So, jetzt ab. Komm, geh auf, Fahrstuhl, geh auf. Ah, Geier hat das schon wieder hier. Ehe, Geier. Yo. Alter, der trifft nur mich, weißt du, das ist so geil. Bist du tot? Ja, klar. Geil. So, wiederbelebt mich da? Wiederbelebt mich, ich lieg da. Aber jetzt hat hier die Soldaten, ach so, okay, so machen die das, die Freunde. Hier. Oh, da ist es schon wieder ein neuer Fahrstuhl. Er kommt, er kommt. Wieso? Wie die immer in die falsche Richtung gucken, die Deppen, ey. So logisch. Ist das ganz logisch. Ist zwar ein bisschen assi so zum Campen, aber ist trotzdem lustig wiederum. Also, wenn man oben steht. Oh, oh. Boah, ich hab... Oh, Heli. Ich bin mal gespannt, ob der Turm hier jetzt gleich noch umkippt. Wo ist der Heli? Der hat hier wieder Soldaten abgesetzt. Aber mit der MG ist das nicht so... Warte mal. Wo, 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 wo. Da schon wieder der Heli. Für dich. Alter, könnt ihr mal aufhören, mich zu blocken? Bei Facebook? Was kriegt denn nicht? Was echt auf dem Fahrstuhl achten auf den Heli, ey, da bist du verrückt. Wo ist der? Wo ist der? Da im Puro. Haha. Ich hab ihn rausgeballert. Geil. Bei den Fahrer auch erschickt. Hilfe, da kommt einer. Da kommt einer oben. Der kommt zu dir. Der rennt in andere Richtung. Äh. Noch ein Dach ist auch noch einer. Alter, was? Jetzt geht's ab auf dem Turm. Jetzt geht's ab. Oh, scheiße, jetzt bin ich tot. Ich hätte so einen geilen Punkt. So, Tobi, wo bist du? Bist du auf dem Turm wieder, ja. Kannst du spawnen bei mir? Ich kriegst auf der anderen Seite einen ordentlichen Besuch. Boah. Hast du die andere Seite einen Blick? Ja. Ja, ich versuch da grad. Sehr gut. Auf dem Dach. Warte mal, ich häng' fest da. Auf dem Dach. Pass auf, du bist beschossen. Ich hab' auf der anderen Seite beim Dach ist auch noch einer. Ich werd' verrückt, ey. Ich werd' verrückt. Also, Tobi, verlass' nicht. Der ist genau über dir. Und da kommt grad' ne neue Ladung an Soldaten an mit dem Fahrstuhl. Ich hab' die M26 massfrei geschaltet. Geil. Oh. Ich hab' eine Airbrust. Was ist das? Ach, Granaten kannst du damit verschieben? Okay. Und ein Munitionspaket. Helfe dich. Ich bin tot. Ich hab' keine Munition hab', aber ich hab' ja ein Munitionspaket. Ich, Hobbit. Okay. Er wieder. Es fällt mir jetzt gerade erstmal... Boah, ey. Bin ich doof. Oh, Mann. Ich seh' schon die Kommentare. Letztes Squad-Mitglied. Was? Hä? Ich hab' doch Gadget 1. Hab' ich doch auf Q gesetzt. Wieso geht das nicht? Hallo? Feindlicher Helikopter. Alter, was, ey? Was? Was, ey? Ey, Tobi, 1612 haben wir beide. Ja? Jo. Geil. Wow, was denn Zufall. Ja, kannst du jetzt vergessen den Punkt. Also, musst du jetzt überleben, oder? Äh... Alter, dieser Knie-Nook, oder Knie-Nook. Äh, Alter. Oh, diese Suchtend. Entschuldigung. Wow! Ich bin tot. Aber ich hab' einen erwischt. Lass mich sparen, lass mich sparen. Sparenplattein, oh! Hä? Wo muss ich hingucken? Die sind alle beim Fahrt rechts? Links, rechts? Ich hab' keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo du bist, Tobi. Die sind runtergefahren? Was sind die denn für Mongos? Die sind überlebt, ne? Also... So, ich bin am Start. Aber wenn jetzt um die Tür aufgeht, wir sind weg. Andere Seite, andere Seite, andere Seite. Äh, das Haus piepst. Nein! Alter! Nein!